Bald werden sie kommen. Erst das Bombardement, dann Massen von Infanterie. Aber unsere Bunker werden uns beschützen. Wir haben drei Verteidigungslinien, jeweils fünf Kilometer voneinander entfernt. Religiöse Seelen stellen sich die Hölle als flammendes Inferno mit glühender Kohle und extremer Hitze vor. Die Soldaten, die im Schnee an der Ostfront kämpfen, wissen es besser. Am Horizont ist wieder ein russisches Flugzeug aufgetaucht. Wir haben sofort das Feuer eröffnet, aber es hatte offenbar genug gesehen und drehte ab. Und wieder wurde unsere Stellung kurz darauf mit Granaten beschossen. Der Vektorärsche Feindlicher Sturmsoldat, seid vorsichtig! Ich bin verletzt, helft mir! Mich hat zerwäscht, Sanni! Feindpanzer da drüben! Ich hab ne Granate! Feindlicher Sturmsoldat! Feindlicher Sturmsoldat! Feindlicher Sturmsoldat! Vielen Dank! Feindlicher Sturmsoldat! 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 Erobert das Ziel dort. Vorsicht jetzt! Sturmsoldaten! 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 Feindlicher Panzer gesichtet! Sturmsoldaten! Vorsicht! Das ist eine ihrer Soldaten! Sturmsoldaten! Verteidig das Ziel! Na bravo! Feindliche Kavallerie! Feindliche Kavallerie! Feindliche Kavallerie! Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann! Da drüben! Speer! Feindliche Kavallerie! Das ist ein psychischer Speer! Feindliche Kavallerie! Feindliche Kavallerie! Feindliche Kavallerie! Feindliche Kavallerie! Verteidig das Ziel bis zum letzten Mann! Schwer gesichtet! Vorwärts, erobert das Ziel doch! Schwer gesichtet! Schwer gesichtet! Schwer gesichtet! Schwer gesichtet! Schwer gesichtet! Schwer gesichtet! Ich sehe einen Sanitäter! Das Ziel darf nicht fallen! Verteidig das! Schwer gesichtet! Ich bin verletzt! Sanitäter, schnell! Geldefeindlichen Sturmsoldaten! Das Ziel da! Erobern! Erobern! Ich brauche nur den Job! Ich brauche nur den Job! Verteidig das Ziel! Ich brauche nur den Job! Ich brauche nur den Job! Ich brauche nur den Job! Ein Speyer! Der Fahrer ist völlig besser! Ich brauche nur den Job! 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 Für mich ist alles 보�ede unglaublich. Einfaches Schwer Welcome! Ich brauche nur den Job. Ich brauche nur den Job! Dein Job! Von Person운데? Na.... Weitlich, Herr Soldat, da! Wir müssen dieses Ziel verteidigen! Seht ihr? Verteidig das Ziel! 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 Fliegewehr! Feindflugzeug da oben! Sturm Soldat! Weitet ihn im Auge! Feindlich das Ziel! Flutzeug in Sichtweite! Flutzeug in Sichtweite! Er erobert, sie sitzt hier! Der Feindverteidig das Ziel erobert! Nicht mehr links! Flutzeug in Sichtweite! Flutzeug in Sichtweite! Flutzeug in Sichtweite! Flutzeug in Sichtweite! Im這裏 Wir warten schweigend. Denn würden wir sprechen, käme die Wahrheit heraus. Nämlich, dass eine Niederlage hier das Ende unserer Armee und vielleicht sogar des Reichs bedeuten würde. Wir sind neun, zehn Kilometer marschiert. Und ständig dachten wir an weitere Kämpfe gegen die Russen. Das war die reinste Folter. General Hotzendorf kann nicht erwarten, dass wir weitergehen. Mit der Zeit wird die seltsame Stille der Stadt immer unheimlicher. Die Männer starren nur nach vorne und warten auf die Schlacht. Wo bleiben die Russen? Sie sagen... Die Geschichte leert uns, dass die Haftmoder uns verliegbar sind. Also kämpfen für unser Fall, für den Kaiser und den Oberbeweg. Lass sie nicht durch! Die Geschichte leert uns, dass die Falle schweigern wird. Mit deinem Arsch! Wir müssen dieses Ziel um jeden Preis halten. Das ist eine ihrer Soldaten. Wir müssen das Ziel erobern! Bestimmteil nachgesichtet! Aufpassen! Dritte Harte raus! Haltet dieses Ziel! Da drüben ist ein feindlicher Stoffverdacht! Ja, bischöp! Da drüben ist ein feindlicher Stoffverdacht. Das 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 ist ein feindlicher Stoffverdacht. Wir verteidigen das Ziel bis zum letzten Mann. Mich hat zerbäscht, Sanni! Mich brauchen, Sanni! Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Verteidig, das Ziel! Ist der noch das? Es geht los, Marsch! Wir müssen das Ziel erobern! Geht's durch! Zurück! Wir sind unterledigt! Zurück! Danke, Kumpel! Geht's durch! Wir haben ein Problem! Kann mich mal jemand zusammenflecken? Aufpassen, ein Speer! Das Ziel verteidigen! Die Flöten! Deine Frau! Die Flöten! Die Flöten! Die Flöten! Da drüben, feindlicher Speer. Danke, Mann. Das Ziel wird erobern. 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 Untertitelung des ZDF, 2020